Mein Name ist Benjamin Haag. Ich bin Verkehrsreferent bei der Industrie- und Handelskammer Aachen und berate Unternehmen zum Beispiel zu dem Thema betriebliches Mobilitätsmanagement. Das Oberzentrum Aachen hat 90.000 Einpendler und über 30.000 Auspendler. Das sind enorme Verkehrsbelastungen, die tagtäglich über die Verkehrswege abgewickelt werden müssen. Ziel des betrieblichen Mobilitätsmanagements ist es, Unternehmen und deren Mitarbeiter über Alternativen des PKWs zu informieren und diesbezüglich zu beraten. Hier führen wir zum Beispiel eine Mitarbeiterbefragung durch, um zu ermitteln, wie in den Unternehmen der Modal Split aktuell aussieht. Das heißt, wer kommt wie, mit welchem Fahrzeug, von wo zur Arbeit. Bausteine vom betrieblichen Mobilitätsmanagement können sein, wie führe ich ein Jobticket ein, kann ich Fahrradleasing anbieten, lohnen sich Fahrgemeinschaften auf einzelnen Relationen oder wie kann ich einen Fuhrpark auf E-Autos umstellen. Mobilitätsmanagement möchte motivieren. Jeder spricht von der Verkehrswende, auf dem Weg zur Arbeit kann jeder einen Beitrag zum mehr Klimaschutz beitragen. Auf diesem Weg wollen wir und ich Sie gerne begleiten.